Dann hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Jo, es geht hier Schlag auf Schlag. Die Entwickler hauen mittlerweile ein Briefing nach dem anderen raus. Und zwar haben wir jetzt ein neues. Ich werde das nach und nach durchgehen. Bleibt dran, es gibt sehr spannende neue Informationen. Also, sie schreiben hier, zusammengefasst, dass sie wissen, wie war das, genau hier, sie planen weitere Gesundheits-Updates im Laufe der Zeit. Update 13.5 war nur das erste davon. Sie wissen auch, dass es gewisse Fehler dadurch gab, durch das Update, an dem sie auch zu arbeiten sind, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Zur Roadmap gab es noch ein paar Fragen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja, und dann hier das nächste Update, Update 2.10. Was habe ich jetzt gesagt? Habe ich jetzt Update 2.10 gesagt? Update 14. Wird viele der Bugs, die mit 13.5 reingekommen sind, fixen. Dafür wird allerdings einmal der Map-Refresh um einen Monat verschoben. Und es wird die Möglichkeit, in zwei Wochen, in zwei Wochen, geben, abzustimmen, welche dieser Karten hier quasi überarbeitet werden muss. Also, sie ziehen anscheinend das Feedback der Community tatsächlich rein. Sie haben auch umgeschrieben, dass sie mehrere, also dass die Karten das Feedback auf allen Kanälen sammeln. Und das ist schon mal, finde ich, ein guter Schritt in die Zukunft. Sie haben auch angekündigt, jetzt alle zwei Wochen ein Briefing raushauen. Ich weiß nicht, ob ich zu jedem ein Video mache. Wahrscheinlich nur zu den wichtigsten, wo es wirklich neue Informationen gibt, die interessant sind. Aber das ist schon mal, dass sie deutlich auf die Community zugehen und sagen, hier, wir möchten auch mit euch arbeiten. Finde ich ganz gut. Und so, dann kommen wir hier zu den bekannten Fehlern aus 13.5. Und auch hier muss ich sagen, es liest sich so besser als wie früher. Granatenback, Cloudoutback. Wo es steht, ist gefixt. Dann geht man auf den Server und ist es nicht gefixt. Sie schreiben hier bei, dass sie bei denen daran arbeiten. Das war zum Beispiel hier bei der Reload-Animation. Dass die wohl immer, also sie dachten, sie hätten es jetzt in ihrer Entwicklerversion gefixt. Aber es immer noch reproduzierbar war. Und sie dann halt noch nicht sagen, dass es gefixt ist. Ja, also Server-Performance und Voice-Over-IP ist bekannt. Rubberbanding und so. Dass die Munition teilweise nicht richtig reloadet. Also wenn die Kamera leer ist, die Munition komplett leer ist. Dass es da einen Bug gibt. Und hier gut, das ist ein kleinerer Fehler und ein paar andere Sachen. Wen es interessiert, Link in der Videobeschreibung. Ja, dann Roadmap. Das hier ist ein Punkt, der ist vielleicht für die Konsolenspieler echt interessant. Da soll es mich auch debald einen Server-Browser geben. Und dann wahrscheinlich sogar private Server. Das könnte das Gameplay auf den Konsolen, was ich gehört habe, ist das ja echt teilweise schrecklich. Auch wenn es keinen Server-Browser gibt. Deutlich verbessern. Dann, das hier hat mich sehr gefreut. Informationen über die Briten. Mit Update 14 kommen die schon. Das ist ja das nächste Update. Und ich finde es interessant, welche Karten sie ausgewählt haben. Es war ja immer so die Frage, was kommt. Vielleicht kommt Nordafrika. Vielleicht kommt Market Garden. Das waren so die beiden großen Sachen, die ich als möglich geachtet habe. Vielleicht auch Italien. Und wir bekommen von diesen drei Sachen zwei. Nämlich Nordafrika. Und wahrscheinlich Market Garden. Schreiben hier von den Feldern Hollands. Das kann natürlich sein, dass es 1940 spielt. Wo die Deutschen quasi auch über die Briten mit rüber gefahren sind in Frankreich. Ich vermute aber eher, dass es Market Garden wird. Ja, dann haben wir hier zwei Bilder zu El Alamein. Also Nordafrika. Ich habe die auch nochmal in groß. Finde ich ganz hübsch. Die sehen schon mal schick aus. Werden natürlich wie Foy und sowas, wenn man das hier sieht, elendig offen sein. Ich hoffe, dass es süßen Tarn gibt. Sonst wird das auf der Karte echt nicht spaßig. Aber auch hier neue Gebäude. Neue Bäume natürlich. Könnte spannend werden. So. Was wird in den Ingame Stores erhältlich sein? Hier haben sie auch nochmal geschrieben, dass das nur die DLCs betrifft, die es jetzt gibt. Und die es zukünftig geben wird. Die genauso geartet sein werden. Ich denke, das hat auch mit dem Windows zu tun. Dass sie versuchen, das Ganze noch neben Steam irgendwo erwerbbar zu machen. Sie werden... Was ist das? Genau. Sie werden dafür sorgen, dass auf den Karten in Zukunft... Also, ich weiß nicht, ob das die schon bestehende betrifft. Aber dass die Ausrüstung historisch angepasst ist. Das heißt, nicht 1939 über Frankreich... Nein, 1949 über Frankreich mit dem Tiger fahren. Lass es jetzt nicht geben. Finde ich eine interessante Änderung. Aber bisher ist es ja doch schon so, dass... Die Karten alle Ende des Krieges spielen. Die Technologien auch alles... Also die Waffen auch größtenteils alles Waffen sind, die zum Kriegsende eingesetzt sind. Nicht immer zum Zeitpunkt, wann die Karte spielt. Aber im Großen und Ganzen halt alles eher so Endkriegssachen. Was natürlich problematisch wäre, wenn sie jetzt den Anfang des Krieges mit reinpacken... Und man dann... Keine Ahnung, als Pole mit... Nur Karabinern gegen eine Armee, die zur Hälfte vollautomatisch oder halbautomatisch ist... Kämpfen muss, wäre halt... Ja. Was sind die nicht-werbaren Kommunikationsmöglichkeiten? Das ist für... Leute, die kein... Mikrofon haben, beziehungsweise es nicht nutzen können. Die es nicht haben... Bin ich immer noch der Meinung, die brauchen keine LLU-Spielen. Nicht nutzen können ist vielleicht tatsächlich sinnvoll, wenn man mal den Voice-Bug hat oder sowas. Dass man trotzdem noch mit den Leuten kommunizieren kann irgendwie. So als Rückfall-Ebene, wenn man es so will. Oder auch... Ja. Wie ich schon gesagt habe, auf sich aufmerksam machen kann, wenn Leute neben einem stehen, die vielleicht nicht direkt aufs Angesprochene reagieren. Weil die zum Beispiel den Soundpark haben. Was sie nicht machen wollen, sind sowas wie Emotionen und wahrscheinlich Tänze wie in Fortnite und sowas. Das kommt nicht. Ähm... Ja. Free-DLCs wird es weitergeben. Äh... Die... 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 Und den Unterschied zwischen den Game-Modes. Also sie werden auf kleineren Karten sein. Ähm... Schneller. Ähm... 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 Den Unterschied selber habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz festgestellt, aber... Wer hier noch was rausinterpretieren will, tut's gerne. Ähm... Mörser werden erstmal noch nicht kommen und auch nicht die anderen Sachen bei alten Roadmap. Ähm... Sie sind erstmal dabei, ihre Sachen jetzt quasi, die sie jetzt erstmal in der neuen Roadmap mit festgelegt haben zu machen. Und werden allerdings, ähm... Gucken, ob sie es trotzdem implementieren können. Ähm... Gut, dann hier noch so ein paar andere Sachen. Wenn ihr das lesen wollt, bitte sehr. Dann kommt auf die Konsolen das DLC Eiserne Vorhut zurück. Ja. Und das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. Also ich finde es schon interessant hier mit El Alamein. Das ist interessant. Das ist sehr schön sogar, diese Information. Und dass es Holland wird. Ich hoffe ja immer noch auf Market Garden. Es kann natürlich auch sein, dass es 1940 ist. Werden wir sehen. Aber ich denke, Market Garden wird's. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Ja. 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 Ja.